Ficken 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 Seeeeeee Jawus Leute und wo's geht's Korrekt Sechs man Reichen Ein Mikrofon aber angeschlagen Ha Marcel Angeschlag in der Aufnahme Heer WhatsApp Recher sechs Gewürfel mit dabei sind David Erster und Marcel und Lezester Wurst Ich bin erster, guck mal beim Kompass bei der Uhr, ich bin erster Juckern mach ich Z 0 Aber ganz ehrlich, wenn sie Witz Ich frage mich gerade Was bilden Dünner Dünner mit noch der Typ steht da einfach im Boden drin bei mir der Loll in HD Oboe mit dem Weg Marcel Payne ich bin ich nicht auch Pater Marcel Payne Prozent ist ausgeschieden wurde ausgeschieden und wenn sie an die ganze Zeit bestehen bleiben die Wiesel Scheide niemand aus und ich kann die ganze Zeit nach einer ist ausgeschieden neben mir ist einer ausgeschieden worden er hat um ein Gott der hinter mir ist auch ausgeschieden er hat er hat sich um die Kieler er ist auch bereit korrekt ich möchte nicht werden sie noch welche nachdem sie zurückgepackt er hätte wissen nicht losgelaufen er hat losgelaufen hat der Maul korrekt stehen bleiben ist die effektiven die abwo noch zu sagen ja was soll ich da machen ich hab gewonnen der eine stand richtig mit dem hals drin in den Arschloch von mir das kennt 5 3 Wir sind auf dem selben Feld. Was kann man dir geklingelt? Sieben. Hier ist ein Hühnchen! Hinter dir ist ein Hühnchen! Ja, das ist mein Hühnchen. Das ist mein Boss. Das ist mein Boss, der kontrolliert mich. Der kontrolliert mich. Ich bin erster Krölt. Scheiße, dreht zurück. Hä? Hattest du ein Bowserfeld? Ja. Alter! Drachenflucht. Drachenluchtflucht. Alter, wenn ich immer so ein Bowserfeld bekommt, muss ich immer so... Wie willst du das? Freuerfall. Das ist mein Spiel. Entschuldigung, dass es so ein bisschen laggt. Aber... Das ist halt scheiße. Das macht den Spielsinn immer aus, ne? Digga, wie willst du fliegen? Digga, deine Mutter! Ich sehe nichts. Wegen meiner Renderdiscence. Ich habe sie so weit runtergestockt. Ich wurde zurückgemacht beim Fliegen. Korrekt. Lol, es gibt eine neue Map. Lol. Es gibt eine neue Map. Ich... Hey, die sind alle älter. Ich wurde die ganze Zeit immer zu dem letzten Block, wo ich drauf geflogen bin, zurückgebracht. Da konnte ich einfach von dort abspringen. Korrekt. Digga, wie willst du fliegen? Ich bin jetzt der Zehnemann. Ich bin jetzt der Zehnemann. Bitte gib mir vor. Ich darf vier Felder nach vorne. Nee, darfst du nicht. Ich bin Platz 28. Äh, Platz 28. Ich bin Feld 28. Ich wurde runtergerufen. Heiße Kartoffeln. Heiße Kartoffeln. Heiße Kartoffeln. Heiße Kartoffeln. Hot potato. Hallo. Ich bin Otto-Potato-Potato-Potato-Potato. Du bist Ptato. Sondern du bist nicht Hot. Bro. Bro. Ich dachte schon, ich bin die Potato, Alter. Oh, Alter. Ich dachte schon, ich wäre so eine Mistgeburt. Oh, no, 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 no. Ich bin der Kartoffel. Du bist die fette deutsche Kartoffel. Ja, moin, ApoRed ist auf dem Programm statt. Schöninger. Was? Nicht dein Ernst. Einer hat mich letzte Sekunde vor dem Explodieren gerührt. Da bin ich einfach explodiert. Wahrscheinlich, oder? Was macht eigentlich diese Power ab? Oh, fuck. So lächerlich. Es war 10 da. Ich war einfach 10 da. Ja. Es war lächerlich jetzt gerade. Im 13. Ja. Ich stehe Zeit für Lp, ich stehe immer von mir. 5. 1. 5. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 1. 2. 1. 2. 1. 1. 2. 3. das macht was ja genau so habe deine mutter lecken ja also tobias verpiss dich oh mein gott ich habe fast gestorben weil ich meine render distance untergestellt habe ich verstehe nicht wie tobe direkt sterben kann ist so geht das ist mir eigentlich egal aber ich bin jetzt ist gestorben und da wird sich hier gerade richtig am limit und mit geburt was dann warst du so ein luigi hast du mich gekillt ja ob ich dich auch gekillt apos auf trocken am start ja moin apos dennis er macht hacker one ich habe gewonnen und ich habe gewonnen und ich habe gewonnen und um eine mutter hat gewonnen weil die im waldnippt ich bin ich ja wohl drei kriegt mich alle um ja wohl die gassel ich darf sich echt umbringen denn du hast strafpunkte erhalten bei dem weiteren ich bin immer noch erster ich bin siebter fixen alter was heißt wixen ich hab zwei förder zurück gemacht nach hinten fixen alter um es blieb und auch geschrieben geschrieben ich hab nur fünf ich so im matthofahrzeichen ich hab gewonnen warum hast du denn gewonnen weil ich auf irgendwie dass die grafik hier so ein bisschen schlechter ist ich bin noch an der map ich bin auf der map nur als ob ich hatte ich hatte das auch mal ich schieße jetzt alles voll mit pfeilen tobi tp nicht mal zu sehen dann geht es mit seinem kompatz oder sowas lol in hd steht hier siehst du siehst du ich bin gleich auf der map ja ich bin auf dem noch im spiel da auf diesen feldern ja wo ja auf den feldern da wo man so die ganze seitwürfen und so ich sehe es ja nimmst du auf ja stark musste digga erstmal so ein richtig geld galetti michael würde erstmal rausgeschiebt umglik hex in 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 luke games lukastus hex ich glaube er auch ne die welt wird von john cena besiegelt alles klar hier verschwind die pfeile in 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 du in 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 Guck, guck, seht ihr, seht ihr diese Pfeile? Eine, zwei. Seht ihr das? Seht ihr das? Ja. Ich blieb hier. Ich hab ne 7 gerückt. Ich hab ne gepackt. Du wurdest angepackt. Angepackt. Und nein, ich muss wieder Platz 1 pauschen. Lezestus, Alter, noch einfällt. Hey. Ich muss mir grad hier tauschen mit, ich muss grad den Platz. Ja, du hast Wiese gewonnen. Hä? Wiese gewonnen. Nein, ich muss nicht sein, muss nicht sein, vielleicht werde ich zweiter oder dritter. Hey, wieso? Aber auch ob ich jetzt gleich 1,2,2,2 würfelt. Ich kann zum Beispiel auch noch gewonnen. Nee, du, Schwule, Alter. Schwule kann nicht gehen. Okay, erster Kill. Me too. Hä, was?! Hat so kein geklaut, hat er hohen Zoom. Oh, ich hatte den Bogen. Genau, wie sie mich einfach tagelten. Scheiß Mario, Alter. Digga. Ey. Hey. Hä? Ich hab die Holz, sagst. Ja. Ich bin der erste. Ich bin zweiter. Ich hab immer die, die anderen sind, ich hab so ein Hotkey. Ich hab gewonnen. Ich hab so ein Kontext. 2, 6. Nein, das war ganz schön. Ne, 2. Scheiße, ich hab immer ne 2 gerufen. Und ne 3, ne 5. Ne 5, 9. Ja, der wird hat gewonnen. Okay. Okay. Scheiße, mir fehlen noch zwei Fabis mit Ziel, Alter. geht es weiter weil was war sieben fett über dem ziel guck mal wer dritter ist ich bin dritter guckt es euch doch an egal was mag auf jeden fall wenn euch die folge gefallen hat ich heiße noch mal machen noch mal eine abmacht wenn ich noch mal eine abmacht ok ich so leute wenn es euch gefallen hat und wenn es euch gefallen hat schaut auch mal beim marcel vorbei links in der beschreibung ich habe auch twitch dass ich mich ab und zu guck vorbei genau das kommt in die video beschreibung wenn es euch gefallen hat dann abonniert diesen kanal an mich auch ja tschüss guckt alle videos liked alle videos und like dieses video mit einem kommentar dankeschön tschüss wen willst du